hallo und willkommen zurück zuletzt bei spyro reignited trilogy im letzten paar thomas spuk türme auch schlossen natürlich zu 100 prozent wir werden zwei machen im dunkeln abwürgen er hat sich doch schon mal interessanten und schauen wir mal ob das doch ein labyrinth ist alles klar so 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 die hund die es du vernichten bevor das da ausrosten Krass, krass, ich ja. Die Gegner hier kann ziemlich erschrecken sein, aber achte auf die Narren. Ich grille lieber die Narren. Das nenne ich einen Plan. Was ist für Typhoon, du? Was ist das? Was ist das? Okay. Was ist das? Okay. Azzitzi. Danke, dass du mich befreit hast. Aha. Du füllst, um so ein Gott. Du füllst. Du füllst, du füllst. Gibt es noch dir überhaupt? Die Schwammel sind schon weg. Oh, naja. Du füllst. Oh! 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 Oh, oh! Bacalli Der ist die Nock zu besiegen. Genau der bin ich. Was ist die Hälfte? Ich habe die Hälfte. Ich habe die Hälfte. Was ist denn hier? Okay, du kommst nicht mehr. Doch, da hat noch was gesehen. So, das ist. Ich weiß nicht, wo komm ich mit dem Wirbel hin? Ich weiß nicht, was ich jetzt erst machen sollte. Ey, da wo? Also, komm ich einfach noch zurück. Ich weiß nicht. Aber wo jetzt siehst du? Ich bin doch nicht lieb, woher ich du. Oh. 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 Kann ich noch da hin? Oh. 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 Apaga. Ja. Ja! Gans goed. Nun besser. Das ist einfach nur da. Okay. 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 Noana. Du baas die. Danke, dass du mich befreit hast. Gut, gut. Gut. Okay. 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 Das ist halt, du Omaß. es ist jetzt irgendwie schon auch im boss level hoch oh Ohhhhhhh Jetzt bin ich wieder um Stass Aieieiei Aieieieie Die Typen bringen mich auf weil die haben eine Reichweite und alles sonst was Das war das Level Da regt mich nicht ab Zickomo Hallo Spyro, du hast es geschafft Das habe ich erst wenn ich Nasty Nork gegrillt habe Ja aber zu dem Heini du her Weil der hat nämlich die Komische Funktioniert denn jetzt dies auch Oh Okay da wollen wir alle Ich glaube ich habe ihn schon gemacht Ufff Das ist noch so Ich glaube den hole ich schon gerade oder Warte mal Die hole ich noch mal auch schon gerade oder Warte mal No Okay. Ah! Duuuhh So... Blunt war das jetzt schon anders, ne? Ufff ... Seid jetzt nicht sogar so sch- Aha, jetzt bin ich wieder da! oh eh das ist ja dauer mir nix Oh. mach mal den nächsten mal da ist aber auch noch was so ist noch nicht gut da ja willkommen bei den traumwebern junger freund sei auf das unerwartete gefasst und rechne mit dem was nicht da ist während du nass des schergen hier ja okay naja gut im nächsten part werden wir dann ein schwebendes schloss machen ich sage dann für heute wieder danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal bis dann und tschau bis zum nächsten mal